Wir sind unterwegs mit Oliver Hess und Dennis Stojanovic vom 8. Polizeirevier. Die Nacht hat gerade erst angefangen und schon kommt ein Hilferuf per Telefon. Einer, der für die Polizisten gefährlich sein kann. Wir rasen los mit 80 Stundenkilometern durch Frankfurt. Die Tochter hat angerufen, dass der Vater irgendwie durchdreht im Haus oder aggressiv ist, ihr gegenüber und der Mutter gegenüber. Und das sind Situationen, die eigentlich immer grundsätzlich sehr gefährlich sind. Weil die Situation vor Ort ist die, man ist sich in der Familie uneins, streitet sich, schlägt sich vielleicht auch oder Schlimmeres. Dann kommt die Polizei vor Ort und Polizei ist oftmals so, Polizei ist oftmals dann, ja, wie soll ich sagen, das Ventil oder der Magnet, der dann die geballte Aggression auf sich zieht. Passt die jetzt auch ein bisschen auf, weil das kann wirklich blöd werden, ja. Das Problem bei häuslicher Gewalt, die Polizisten wissen nie, was auf sie zukommt. Ob ein Täter beispielsweise bewaffnet ist. Wir sind angekommen. Als keiner aufmacht, klingelt Oliver Hess bei jedem Hausbewohner, die Zeit drängt. Wir müssen irgendwie ins Haus. Und notfalls müssen wir uns die Nachbarn reinlassen, dass wir erstmal ein bisschen an die Wohnungstür kommen. Okay, Opa. Ganz oben wahrscheinlich. Es ist die Wohnung ganz oben. Hallo, guten Tag. Hallo, kommen Sie mal kurz raus. Kommen Sie mal raus, bitte. Kommen Sie mal kurz zu uns raus, bitte. Kommen Sie mal raus. Kommen Sie mal kurz zu uns raus. Nein, nein. Kommen Sie mal kurz zu uns raus. So, erzähl. So, was sind wir gesehen? Aber ich nicht. Nein, du warst nicht. Alles gut. So. Was ist denn los? Was ist denn passiert? Das ist nichts passiert, nur missverständlich. Das ist gar nicht so. Sicher. Lassen Sie uns mal bitte rein in den Fischer. Klar, um den Drehn selbst wird der Tochter an, die Frau. Ja, okay. Ja, warten Sie gerade hier, Kollege, geht gerade rein. Okay? Ich komme mit, okay? Unter Aufsicht darf der Mann wieder in die Wohnung. Der 38-jährige Oliver Hess kümmert sich um den Familienvater. Sein 27-jähriger Kollege, Dennis Stojanovic, spricht währenddessen mit Ehefrau und Tochter. Alle werden angehört und über ihre Rechte und Pflichten aufgeklärt. Von Gewalt ist erst mal keine Spur. Also, sie sagt, dass es nur eine verbale Auseinandersetzung war. Die Tochter, also sie schildert es so, dass er sie geschubst hätte und wäre dann abgerutscht und hat das Gesicht gestriffen. Die Tochter sagt, das wäre eine Backpfeife gewesen. Und vorausgegangen war halt eine heftige verbale Auseinandersetzung. Das sagt er auch, ja. Wegen dem Telefonat, was ein Missverständnis hervorgerufen hat. Ja, aber so ansonsten, sie will halt keine Polizei haben. Okay. Und auch keine Anzeigerstatten, nix. Der Herr hat jetzt auch gesagt, er geht erst mal raus, ein bisschen frische Luft schnappen, ein bisschen Stimmung entspannen. Und wir haben jetzt eigentlich keine Anhaltspunkte, dass es irgendwie zu Straftaten gekommen wäre, es ist niemand verletzt worden, es ist keiner geschlagen worden. Und insofern ist für uns jetzt hier auch der Einsatz erst mal beendet. Dieser Fall ist glimpflich abgelaufen. Kaum im Auto kommt schon der nächste. Ein Verkehrsunfall. Taxi gegen Smart. Niemand will schuld sein. Wie immer. Hallo. Ist irgendjemand verletzt? Nein, meine ich. Nicht verletzt. Guten Abend. Personalien austauschen und Sachverhalt klären. Jetzt ist einiges zu tun. Menschen helfen und beruhigen, das gehört auch zu ihrer Arbeit. Ihr Job ist es jetzt im Prinzip, die Versicherung anzurufen. Teilen Sie das mit, was passiert ist. Ihre Sicht der Dinge, das nehmen die dann gleich auf. Sagen Sie auch die Daten von dem Herrn, als Fahrer von dem anderen Fahrzeug. Und von der Versicherung kommt dann alles weitere, was Sie machen müssen, welche Werkstatt hin und her und dann wird das geregelt. Keine Verletzten. Beide Autos können noch fahren. Nach 15 Minuten ist alles geregelt. Das war jetzt auch vom Sachverhalt her und auch von dem Spurenbild relativ eindeutig. Also die Dame auf der linken Seite steht noch auf ihrer Spur. Alles kaputt und zerkratzt. Und er vorne rechts noch so leicht schräg stehend. Ganz klar Fehler beim Spurwechsel. Es ist 23 Uhr, die Nachtschicht geht noch bis sieben. Fünf Minuten Pause sind deshalb eine willkommene Stärkung. Das hält wirklich wach. Kaffee nicht mehr, aber das schon. Also mich zumindest. Ja? Wie lange hält das vor? Ich hoffe bis morgen früh um sieben. Wenn nicht, muss ich nochmal nachkaufen. Als Polizist Freunde und Familie zu haben, die einen beraten und unterstützen, sei sehr wichtig, sagen beide. Denn der Beruf habe sie über die Jahre verändert. Ehrlich gesagt, man verliert irgendwie so den Glauben am Menschen. Das ist mir so aufgefallen. Früher war man eher so neutraler. Man ist so mit Scheuklappen durch die Welt gegangen. Und man tut sich schon irgendwie durch den Beruf privat auch ändern. Und auch der Umgang und das Verhalten selbst verändert sich auch stark. Also zum Beispiel ist man früher irgendwie in die Kneipe gegangen. Dann, wie gesagt, die Scheuklappen waren halt auf. Und jetzt mittlerweile, keine Ahnung, man positioniert sich so, dass man jetzt nicht irgendwie einen hinter einem hat, der dann irgendwie einem die Flasche auf den Kopf hauen kann, sondern man versucht halt den ganzen Raum zu erfassen. Ich würde es nicht ganz so drastisch darstellen. Also dass eine Veränderung eintritt, man nimmt es anders wahr. Also man hat halt zwangsläufig durch die Einsätze viel mit Tätern zu tun. Mit Leuten, die irgendwas Schlimmes getan haben, eine Straftat begangen haben und muss mit denen auch umgehen. Und man hat aber auch mit Opfern zu tun, mit Leuten, wo eingebrochen wurde, die völlig verzweifelt dastehen, Angst haben, in ihre Wohnung zu gehen und sowas. Und da muss man auch irgendwie mit umgehen. Nachtschichten in Sachsenhausen sind keine einfachen Dienste. Erst kürzlich hatte der Nestorjanovic im Kneipenviertel eine brenzlige Situation. Und da haben wir nur noch gesehen, dass halt ein Proband in ein Taxi reingetreten hat. Und wir haben den dann halt umgerissen und ihn dann ferngehalten. Und dann haben sich so die Leute halt solidarisiert und sind dann auf einmal auch auf uns losgegangen, haben an den Klamotten gezerrt. Und das war dann schon ein bisschen unangenehm, wenn man dann halt, man kämpft mit dem einen am Boden und dann drumherum, solidarisieren sich die Leute und zerren an einem. Da hatte ich dann schon ein bisschen Angstschweiß. Ja, aber Gott sei Dank kam dann halt auch schnell noch die Verstärkung und hat sich dann alles noch geregelt. Aber das war schon ziemlich heftig. Wir müssen los. Per Ohrstöpsel kommt der nächste Einsatz aus der Zentrale. Und morgen. Die Polizisten retten einen jungen Mann vor dem Suizid. Does das ja? Über die Könsekunst. Werder,'s Brot? Werder Möde? Werder,'s Brotstuh? Der R Всем, streng, älarst her. Werder, was für? uft. W учarige,